Herzlich Willkommen und herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-O-Wall-Game. Viele von euch werden mit dem Namen David Schimanski ein bisschen was verbinden. Auf den ersten Lied natürlich Dusk, ein sehr gutes Spiel, was wir mal gespielt haben. Auf der anderen Linie haben wir was Neueres, und zwar Iron Lung. Auch ein sehr gutes Spiel, was wir gespielt haben. Was vielleicht am Ende ein bisschen nicht ganz Potenzial genutzt hat, aber trotzdem, der Typ hier macht meistens sehr kreative Scheiße. Und das hier ist ein Spiel von 2014. Ich finde mir im Kopf, dass 2014 immer noch was, dass so ein paar Jahre hier ist. Aber ja, okay, das Spiel hier ist mittlerweile acht Jahre alt. Das ist, soweit ich weiß, ein erstes Game, was er rausgebracht hat. Zumindest das erste Game, was er aus Steam rausgebracht hat. Kostet zwei Euro, hat ziemlich gute Reviews, auf allem ziemlich viele Reviews für so ein experimentelles Indie-Horror-Game, was ein bisschen strange ist. Und scheint so 40 Minuten zu gehen, viel Erkundung, Story-Focus, bla bla bla. Ich meine, der Typ hat auch The Music Machine oder sowas gemacht. Das habe ich ja tatsächlich nie gespielt, aber ich glaube, da haben einige von euch mal empfohlen, dass ganz gut ist. Aber es kann auch sein, dass sie gerade verwechseln, weil ich meine, ganz, ganz, ganz früher, in meiner cringy FNAF-Zeit, haben viele Leute dieses Mario-Game, The Music Box, so ein Klinikpasta-Game, empfohlen. Es kann sein, dass damit verwechseln und im Nachhinein manchmal Music Machine gelesen, aber wenn ich meine Music Machine, soll auch ganz gut sein. Ich glaube, das haben wir auch ab und zu gemacht, zumindest ein paar von euch empfohlen. Aber ich spiele jetzt erstmal The Moon Sliver. Quick, vertitelte, blablabla. Complete in a single setting, no safe, bla bla bla. Okay, machen wir das mal. Wie gesagt, ich mag meistens die Art, wie der Typ denkt und wie er seine Horror-Games entwickelt. Der hat meistens sehr kreative Ideen. Okay, Space Jump, Flashlight, bla bla bla. Hey, galt. Ich habe zu trinken hier einen halb angefangenen Eiskaffee, wo meine Verlobten, den sie gestern Nacht beim Sim-Spielen, hat hier stehen lassen. Also, Prost, den werde ich jetzt trinken. Fragt mich, was ihr zu snacken und zu trinken habt. Warum geht's nicht los? Ah, oh. Ah, okay, okay, okay. Kann ich die Empfindlichkeit? Ja, kann ich. Das Menü sieht richtig schön oldschool aus, gefällt mir. Äh, ist Exit? Okay, das wird sagen, ich will nicht das Spiel beenden, damit. Ah, okay. Wo sind wir? Ich würde Morrowind spielen oder so. Oh Gott, okay. Äh, das ist schrecklich zu lesen, na gut. Ellie war ein, äh, wunderschönes Mädchen, die jüngste von denen allen. Okay. Äh, sie ist einmal hier reingekommen, um zu sehen, ob sie noch altes Feuerholz geben würde. Ja, sonst ist sie immer in ihrem eigenen Haus geblieben, wo es warm und bekannt war. Also, das ist, äh, Conserve Your Fleischer Battery. Okay, wir haben nicht unendlich Batterien, alles klar. Äh, Abel hat Isa geliebt und er hat Daniel und Ellie auch geliebt. Okay, aber wenn sich seinen Kopf nicht darum gedreht hat, dass es, äh, den beiden, dass es ihnen allen gut gehen würde, war sein Kopf, äh, voller Gedanken, äh, voller düsterer Gedanken, der Hoffnungslosigkeit. Okay, äh, ab und zu hat er, äh, sich hier zu motivieren können, durch dieses Fass durchzusuchen und hat gehofft, irgendwelche Gegenstände finden zu können, die er vielleicht noch, die er vielleicht für irgendwas gebrauchen könnte, welche Schmuckstücke oder sowas. Das hat seinen Geist ein bisschen gehoben und ein bisschen motiviert für kurze Zeit. Okay. Jetzt habe ich jetzt zwei Textdinge übereinander, wunderschön. Wo war ich? Hier. Okay, Isa war die Älteste, wenn nicht unbedingt die, äh, die Weiseste, hat sie auf jeden Fall die meisten Dinge gelernt. Sie können sich daran erinnern, als Josia noch gelebt hat, so Josia. Okay, und sie hat immer auf diesem, auf dieser Kiste gesessen und, äh, und sich seine Geschichten angehört. Diese Erinnerung, wie viele anderen auch, waren bittersüß. Alright. Noch was hier unten zum Lesen? Kann ich aus? Wenn die Nacht beginnt, soll ich in den Berg gehen. Ich weiß nicht, ob es getimt ist und ob ich zu bestimmten Punkten da rein muss. Der, Daniel war ein stiller Mann. Er hat sein, äh, sein Leben in, in alten Büchern. Er hat sich gefragt, wo, wo die Fässer hergekommen sind und wer sie dort platziert hat. Es gibt so verschiedene Leute, die hier auf dieser Insel oder was auch immer gelebt haben. Ja. Okay. Gestern haben vier Leute auf dieser Insel gelebt. Jetzt ist nur eine Person übrig. Ja. Ich glaube tatsächlich, ich habe da mehrmals darüber nachgedacht, weil ich so oft in Videos angesprochen habe. Ich glaube, der Grafiklook, der am weitesten verbreitet war zu der Zeit, wo du als Kind angefangen hast, Videogames zu spielen, ist, glaube ich, der Look, der dich für immer den nostalgischen Effekt wahrscheinlich haben wird. Weil ich finde, dieser Early-PC-Look, so der Anfang 2000er, so Ende 90er, sagen wir eher so 2000 bis 2004 oder so, ist in dem Dreh. Ich finde den immer extrem angenehm. So dieser Morrowind-Look, so alles in die Richtung. Es gibt mir immer eine richtig angenehme Wärme. In Horrorgames funktioniert es natürlich auch trotzdem gut, weil es ist einfach... Ich glaube, mein Kopf wird am aktivsten, wenn ich spiele, in dieser Richtung hier sehe, weil es einfach der Look ist, der für mich damals halt einfach super, super realistisch aussah. Und zu der Zeit habe ich natürlich auch noch die meiste Fantasie gehabt, mir vorstellen zu können, dass es alles echt ist und so. Also ihr wisst ja, ich meine, mit echt ist, aber dass man halt voll drin abtauchen kann, so als 10-jähriges Kind oder so. Und deswegen will ich, glaube ich, so einen Look immer lieben. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen 2014, absolut nicht auf alt getrimmt. Da ist wahrscheinlich einfach nur wenig Bandstück gehabt, man konnte nicht viel mehr draus machen. Hier rein? Ja? Nein? Okay. Achso, meine Batterie lade ich auf, ne? Okay, alles klar. Gut, ich sollte meine Taschenwahl wahrscheinlich nicht super viel benutzen. Naja, da habe ich nichts aufgemacht oder so. Kann ich sprinten? Nein. Bei da bin ich gerade gekommen, ne? Ja. Aber das ist immer schlimm, wenn ich irgendwas quatsche oder so, warte, Moment. Äh, sie haben die Ruinen erreicht und, oh, es ist schwer zu lesen. Und sind entspannt, äh, durchgelaufen, um zur Küste zu kommen. Okay, Isa konnte sich noch daran erinnern, als die alten Ruinen noch gefüllt mit verschiedenen Familien waren. Äh, wenn ich irgendwas quatsche in einem Video sowas und dann währenddessen einfach planlos rumlaufe. Vergess mich meistens, nachdem ich aufgehört habe zu reden, wo ich angefangen habe. Oder was ich auch gemacht habe. Aber ich glaube, einfach planlos ein bisschen hin und her, während ich quatsche. Und auch von 20 verschiedenen Gegenständen vorbei. Großartig. Äh, was? Es tut mir leid, sagte er. Okay. Und er kann zu weinen, weil er hat oft während diesen Gesprächen geweint. Weswegen, sagte sie. Wegen vielen Dingen. Hm. Wie groß ist die Insel? Nicht so groß, glaube ich. Es hängt nur so ein Wasser. Oh ja. Okay, ein seltsamer... Okay, aus dem Rohr kommt ein seltsamer säureartiger Geruch. Vielleicht kann ich das später was machen. Esa hat ein Lächeln auf ihrem Gesicht gehalten, obwohl sie eigentlich nicht in der Stimmung war. Lächeln. Der verrostete Müll hat einen Schatten auf die gegenüberliegende Wand gerichtet. Woher weißt du, dass Abel es nicht genommen hat, sagte er. Weil ich ihm vertraue, sagte sie. Okay. Er ist ein seltsamer Mann, aber er würde niemals einer Person von uns wehtun. Vertraust du Ellie? Daniel hat nicht sofort geantwortet. Ich vertraue euch allen, sagte er. Denn genauso müssen wir leben. Ich denke mal, irgendwer wird sich hier gegenseitig umgebracht haben oder irgendwas getan haben. Und wir werden rausbekommen müssen, wer was gemacht hat. Okay. Okay, Daniel, du bist die letzte Person, der ich den Schlüssel gegeben habe, sagte Isa. Daniel startet die seltsamen Schaltflächen an. Er hat sie nicht angesehen. Er hat noch nie jemanden wirklich angesehen. Noch nie jemanden die Augen gesehen. Ich habe es nicht genommen, sagte er. Warum sollte ich das tun? Ich bin die Person, die gesagt hat, dass er verschwunden ist, der Schlüssel. Ich schätze, der Schlüssel ist nicht wirklich ein Schlüssel, sondern eher ein Zettel, der uns sagt, wie man die Schaltflächen platzieren muss. Müssen wir den finden. Hier. Sie hat sich neben die Taschenlampe gesessen. Was ist mit Ellie? Hat Ellie vielleicht irgendwas gesagt, sagte sie? Sie hat es auch nicht genommen, meinte er. Ja, ich habe auch nicht und Able auch nicht, sagte sie. Und trotzdem ist es verschwunden. Ja, aufladen. Okay. Also, erste Mainaufgabe wahrscheinlich. Irgendwas finden, um zu raffen, wie wir die Schaltflächen da platzieren müssen, ne? Die Schalter. Darin. Okay, ich meine einfach nur, dass sie mehr weiß, als sie uns erzählt, sagte Ellie. Muss ich jeden Gegenstand hier? Vielleicht sind manchmal so Mini-Gegenstände wichtig. Was ist dein Problem mit Isa? Fragte Daniel, während er seine Bücher hinlegte. Er wird immer sehr genervt, wenn er beim Lesen unterbrochen wurde. Sag nur, dass sie mehr weiß, als sie uns erzählt, meinte Ellie. Warte, war ich nicht eben hier? Was ist ein anderer? Okay. Mein Problem ist, dass sie eine Lügnerin ist, sagte Ellie, wütend. Während sie mit den Knöpfen an der Maschine herumgespielt hat. Während sie nervös hin und her gelaufen ist. Und dass ich jetzt immer und immer wieder neu erzählen muss. Und du kennst sie nicht, so wie ich sie kenne. Okay. Ganz genau, sagte er. Ich bin kein unfairer Richter. Warum ist der Text manchmal super, super transparent? Oh, das hat damit zu tun, wie weit ich davon weg bin. Oh Gott, dammit, okay. Und zum Möglichsten da rangehen und alles. Alles klar. Okay. Sie lässt die Kapelle immer geschlossen. Sie ist die einzige Person, die einen Schlüssel hat, meinte Ellie. Während sie sich an die... an den Müll hier gelehnt hat und ihre Arme verschränkt hat. Also willst du mir sagen, dass sie den Schlüssel genommen hat, meinte er? Hallo. Warum geht der einen Text unten nicht weg? Ah. Ach, je nachdem, wo ich mich im Raum platz... Okay, das mit dem Text ist teilweise ein bisschen... ein bisschen verwirrend designt, aber... Okay. Das Holz war älter, als sich irgendjemand daran erinnern konnte. Und es ist komplett verrottet. Und hat sich mittlerweile mit dem Boden verschmolzen. Gut, Schlüssel zur Kapelle und... Wartefakt. Und, äh... irgendeine Art Zettel, um zu wissen, wie ich die Schalter platzieren muss. Und wo die beiden Dinge, die ich jetzt erst brauche. Okay, die seltsame Flüssigkeit ist aus dem Tank rausgeflossen. Hat sich mittlerweile mit dem Wasser vermischt. Ich muss sagen, ich habe immer ein riesiges Problem, wenn ich ein neues Spiel anfange und mir direkt so vier, fünf, sechs verschiedene Namen gedroppt werden. Dieser Ort war einmal ein Wald. Okay, Isa konnte sich noch daran erinnern, wie hier mal glorreiche, riesige Bäume gestanden haben. Aber nur gerade so. Ich kann sehr, sehr wenig... Bestimmt können das einige von euch nachvollziehen. Aber Gedächtnisse funktionieren immer komplett anders. Je nach Person zu Person. Aber ich habe immer riesige Probleme damit. Einfach nur Namen, ohne Gesichter oder so zu hören. Wenn mir einfach nur eine Liste von vier, fünf, sechs, sieben verschiedenen Namen gedroppt wird und ich damit nie wirklich in eine Person verbinden konnte, die irgendwas damit gemacht hat oder sowas. Das ist so eine Sache, die fällt mir direkt aus dem Gedächtnis raus. Ich speichere das fast gar nicht. Aber okay, der Name und der Name, whatever. Und vor allem, wenn so ganz viele am Anfang des Spiels auf einmal gedroppt werden. Okay, kommt zurück, wenn die Nacht beginnt. Finde ich da super schwer, mir zu merken, wer jetzt wer war. Ich habe es auch am Ende von einem Spiel oder sowas. Ich weiß nicht, okay, wer war jetzt Sabrina? Wer war Isabella oder sowas? Ich denke mir, okay, gut, Name. Man kann es natürlich meistens zusammenreiben oder sowas. Aber einfach nur Namen ohne Kontext finde ich echt schwer. Bin ich rein oder sterbe ich im Wasser? Okay. Wohl nicht. War ich hier? Hier war ich noch nicht. Sieht aus, als ob es irgendwie Schlafkabinen oder sowas wären. Ich meine vier Leute in mir gelebt sind, vier Häuser. Vielleicht lerne ich hier mehr über die verschiedenen Personen. Okay, Abel hat oft Daniel besucht. Er liebte es zu reden und Daniel hat sehr gerne, dazugehört. Äh, Isa und ich sind spazieren gegangen, meinte Abel, als er das Gebäude betreten hat. Ich dachte mir, ich, äh, schau vielleicht mal vorbei, bevor du dich wieder in deinen Büchern vertiefst. Daniel hat sein Buch niedergelegt. Hi, sagte er. Seinen Ausdruck hat Abel ein bisschen verwirrt. Ich kann dir aufladen? Mein Licht? Hm? Äh, Daniel starte das, äh, das Holz auf dem Boden an. Äh, er hatte seit, seit Monaten kein Holz mehr verbrannt. Lass uns vielleicht mal lieber über Ali reden. Abel war kurz still. Was ist mit Ali, meint er? Okay. Daniel musste nicht antworten. Abel schluckte. Na gut. Lass uns über Ali reden. Gut, die hat wohl irgendwas gemacht. Oder die wissen irgendwas über die. Äh, na gut. Gemütlich. Gemütlich. Ali lag auf dem Bett. Daniel kam rein. Okay. Äh, sie schaute ihn an und fragte, was haben wir, was haben du und Isa in dem alten, ähm, Energiegebäude, in dem alten Station gemacht? Worüber habt ihr geredet? Ich glaube, es geht in irgendeine Richtung, dass sich halt irgendwelche hier gegeneinander versprochen haben oder irgendwer dachte, dass irgendwer anders vielleicht irgendwas vorhatte und sich dann gegenseitig vielleicht umgebracht haben oder sich irgendwas angetan haben. Und das Vertrauen der Leute hier wahrscheinlich immer ein bisschen geringer wurde. Warum die Leute hier waren, wissen wir nicht, oder? Ähm. Okay. Was haben du und Abel gestern, äh, in seinem Haus gemacht, als ich, äh, den Berg hochgeklettert bin? Okay. Antwortete er, als er entspannt sein Buch durchblättert hat. Das war voller Staub. Ne, das Buch auf, auf ihrem Tisch. Ja, also sie hat sehr selten dieses Buch gelesen. Ich weiß nicht, ob die Bücher halt in irgendeiner Form relevant sind, ob das vielleicht irgendwelche religiösen Bücher sind oder irgendwas, was halt zur Story beiträgt, ob es einfach nur random Bücher sind. Weil die Bücher wurden jetzt schon mehrmals erwähnt und in jedem Haus lagen auch Bücher rum. Was machen? Ich starte ihn an. Ich werde noch ein bisschen Holz holen. Okay. Hast du gedacht, ich wäre zu dämlich, um es zu wissen? Meinte er. Ich hole noch ein bisschen Holz. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass die Nachrichten... Ne, doch nicht. Moment. Weil die waren bis jetzt immer eine sehr ziemlich passende Reihenfolge, ne? Dass die Story nicht ein bisschen Sinn ergeben hat. Aber vielleicht sind die einfach so geschrieben, dass es egal ist, in welcher Reihenfolge man die Texten-Nachrichten findet und man sich trotzdem ein bisschen zusammenreiben kann, was in etwa passiert ist. Ich meine, natürlich, ich weiß immer nicht, was die grobe Story ist, aber... Es ist nicht so verwirrend, wie es sein könnte. Obwohl man halt wirklich frei rumlaufen kann. Vielleicht ist ja auch so designt, dass man einfach... Dass der fünfte Gegenstand immer die fünfte Nachricht ist. Völlig egal, in welcher Reihenfolge man die Sachen findet. Aber ne, das war eben schon zu passend mit dem Buch und so. Sie könnten mehr Kerzen machen. Aber sie konnten nicht mehr Holz erschaffen. Also hat Abel begonnen, Kerzen anzubrennen. Also zur Belichtung zu benutzen. Hier ist ein böser Mann auf dieser Insel und ich kenne ihn sehr gut. Wir haben als Kinder zusammen gespielt, wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gegessen. Wir haben die gleichen Frauen geliebt, von den gleichen Frauen betrogen. Er ist mein konstanter Begleiter und mein größter Feind. Er bewegt meine Arme, Beine und meinen Mund zu seinem eigenen Nutzen. Und tut im Geheimen jeder Person weh, die ich geliebt habe. Okay, während ich nur beobachte, hilflos. Okay, mit deren Blut auf meinen Händen. Er verschenkt mein Fleisch mit großer Freude. Und sein Name ist die Sünde. Wir sind für immer miteinander verbunden. Es gibt auf keinen Fall eine Hölle, die schlimmer sein könnte als diese. Abel las, um der Realität zu entkommen. Daniel las, um seine seltsamen Gedanken zu beruhigen. Isa las, um die Zeit zu verschwenden. Aber Ellie? Soweit es Abel wusste, hat sie kein Buch in Jahren geöffnet. Eben schon erwähnt. Was hat sie den ganzen Tag gemacht? Er wusste es nicht. Manchmal macht er sich Sorgen um sie. Er machte sich Sorgen um sie alle. Okay. Waren sie so melancholisch wie er selbst? Ansonsten was? Eben schon gelesen. Hier. Okay. Welch kindartige Lehre ich fühle, dass ich den größten Frieden in mir selbst in der Fantasie finde. Sie zu finden. Um in diesen Maskeraden eine Wahrheit zu finden, die sich realer anfühlt als die echte Welt. Ich habe es echt komplex geschrieben. Okay. Welche Art von verquerten Bösewichten waren diese antiken Writer dieser Geschichten? Um uns damit zu verspotten, diese wundervollen, unerreichbaren Welten zu schreiben, die so viel schöner sind als unsere eigenen. Wir haben genug Essen gesammelt, um lange Leben zu leben. Wenn wir kein Holz mehr übrig haben, werden wir zwar kalt sein, aber nur so kalt, dass es unangenehm ist und nicht gefährlich. Das Wasser steigt langsam, also es wird noch mehrere Jahre dauern, bevor es unsere Häuser erreicht. Technisch gesehen werden wir überleben, aber was bringt das? Diese Insel ist die komplette Welt, die wir jemals kannten, oder die wir kennen, wir wissen ja nicht, was vorher passiert ist. Und es ist nichts mehr übrig, außer die kaputten Teile, oder diese Insel ist nichts, außer die kaputten Teile eines Märchens. Okay. Ja, wir wissen halt nicht, ob die hier groß geworden sind. Aber ich meine, es wurde ja schon extra erwähnt, dass sie miteinander groß geworden sind. Zumindest die beiden Typen kennen sich schon, seitdem sie Kinder sind, meinten auch, dass sie die gleichen Frauen geliebt haben. Also vielleicht leben die ihr ganzes Leben lang schon zu viert hier rum und kennen gar keine anderen Menschen. Vielleicht kennen die auch gar nichts anderes. Keine andere Welt, was halt erklären würde, warum sie sich in ihren Büchern so vertiefen würden, weil das wahrscheinlich ihre einzige Möglichkeit ist, diesem tristen Leben hier zu entkommen. Waren wir hier jetzt schon drin? Ne, waren wir nicht. Issa konnte nicht mit Abel über ihre Gefühle reden, weil Abel war immer schon sehr beschäftigt mit seinen eigenen und sehr übermannten eigenen Gefühlen. Also saß sie oft an ihrem Tisch und schrieb. Sie wusste nicht, wer jemals ihre ihre Geschichten, ihre Zettel lesen sollte. Aber solange es, aber es gab etwas sehr Wichtiges, aber es war für sie etwas sehr Wichtiges und irrelevant ist, ihre eigenen Gedanken zu strukturieren und aufzuschreiben. Damit sie länger bleiben würden als die Menschen auf dieser Insel und diese Gedanken länger gespeichert werden könnten, als die Leute, die es jemals lesen könnten. Das ist genau das Gleiche? Beide Zettel? Okay, von jedem an. Ich erinnere mich, als der Mond noch geschienen hat. Als jede Nacht in diesem warmen Silber getränkt war. Und die Schatten waren mysteriös und freundlich. Die Insel war ein fröhlicher Ort. Das war sehr viele Jahre her. Seit der Mond verschwunden ist, ist dieser Ort trocken und kalt geworden. getränkt in einer in einem gigantischen Gefühl des Verlustes. Daniel und Ellie sind zwar noch jung, Daniel und Ellie sind noch jung, sie kennen dieses Gefühl nicht. Sie können sich nicht daran erinnern, wie die Welt mal gewesen ist. Aber Abel und ich können uns erinnern. Und wir sind beide gefüllt von diesem Gefühl der Sehnsucht. Auf der Suche nach Freuden, die nicht mehr erlangt werden können. Auf der Suche nach Freunden, die nicht mehr existieren. Auf der Suche nach Gefühlen, die nicht mehr gefühlt werden können. Als ich jünger war, habe ich gelächelt, weil ich lächeln wollte. Jetzt ist dieses Lächeln einfach nur eine Maske. Ich glaube an das Wort von Hector und die religiöse Lehre, die von ihm zu mir weitergereicht wurden. Vielleicht ist der Mond immer noch dort draußen. Versteckt sich hinter Wolken der Dunkelheit. Vielleicht sind die Leute, die vor uns gewesen sind, dort oben und warten auf uns. Es gibt keine Art, wie wir es jemals wissen könnten. Wir müssen warten, wir müssen auf den Tod warten, um es rauszufinden. Und um ehrlich zu sein, bin ich bereit. Ich bin bereit für den Beginn eines neuen Abenteuers. Ist das der? Nein. Sie nahm das Messer, obwohl die Klinge verrostet und stumpf war, war es immer noch spitz. Sie hat nicht mehr gelächelt. Ich muss sagen, anfangs war das Spiel ein bisschen ein bisschen overwhelming. Es war ein bisschen, sehr viel Text auf einmal, aber sobald man ein bisschen der Welt drin ist, gewöhnt man sich da gut dran und kann sehr gut drin abtauchen, finde ich. Was ist das? Hat die Nacht noch nicht begonnen? Ja, nicht. Okay. Äh, Schlüssel, fuck. Wofür könnte er sein? Haben wir ein Inventar? Nö, natürlich nicht. Die Nacht war wild und kalt. Die monströsen Spuren, die von den Nuke kamen, waren brandneu. Aber der Wind hat sie schnell wieder ausgelöscht. Sehr atmosphärisch. Ist doch, na gut, anscheinend nicht. Äh, kleiner Schlüssel. Äh, doch, äh, die Kapelle. Die Kapelle haben wir Schlüssel gebraucht? Vielleicht war es doch nicht, mal gucken wir mal nach. Vielleicht brauchen wir doch für diese Schaltflächen einen richtigen Schlüssel. Ich glaube aber nicht. Nee, 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 okay. Ich schaue trotzdem nochmal in den beiden Gebäuden hier nach. Nicht, dass er doch eins von denen hier gemeint war. Ja. Mhm, mhm. Die Frage ist dann auch, wofür sind die Schlüssel nochmal da? Was macht man hier mit an? Wurde es erwähnt? Ähm, nee. Mysteriöse Schalltafeln. Okay. Also vielleicht wissen die gar nicht, wofür das da ist und haben das nie benutzt. Hm. Also es scheint so, als ob die nicht genau wissen würden, was das macht. Oder sie wollten es noch nie machen. Na gut. Gehen wir mal Richtung Mitte der Insel, weil da war noch ein Weg übrig. Ich darf ja das Schlüssel. Ist immer nicht nacht. Ich glaube, es ist nicht getimed. Ich glaube, wir müssen einfach eine bestimmte Anzahl von Sachen finden. Dann müssen wir da rein. Und die Musik ist schön. Und die Musik ist schön. Nee, nichts. Die Tür ist verrostet, sie würde sich niemals öffnen. Äh. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich schätze, was wir später noch rausbekommen. Na gut. Wo war's der Schlüssel? Ich hab kein Inventar. Ich hab gar nichts. War hier drinnen noch irgendwas, was zu war. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Äh. Ich glaube, das ist irgendwie ein Scheiß Gegenstand, den ich mitnehmen muss. Aber Bullshit. Okay. Guck nochmal kurz in allen Häusern. Das war's ja nicht, ne? Ach, hier ist ein O. Warte, war der vorher schon da? Hier hab ich das eben übersehen. Was hier drin? Äh. Er beobachte Ellie, als sie ihre Klamotten wieder angezogen hat. Seine Augen waren nicht fokussiert. Und haben sie nicht wirklich mitbekommen. War nicht wirklich wahrgenommen. Sie sagte nichts. Okay. Er stand auf vom Bett und öffnete seine Box. Er dachte immer, dass er eines Tages in der Lage sein würde, die letzten paar Samen zu pflanzen. Und sie würden in der Lage sein, neues Essen anpflanzen zu können. Aber jetzt wusste er, dass der Boden aus Gift bestand. Isa gab ihm die Samen, damit er auf sie aufpassen konnte. Denn Isa liebte ihn. Isa hat ihm vertraut. Seine Augen füllten sich mit Tränen, aber er ließ es Elli nicht wissen. Oh, okay, okay. Andere Person. Ich sollte Isa für einen kleinen Spaziergang treffen, meinte er. Sie hat nicht geantwortet. Es ist einfach gegangen. Na gut. Was sie sagen? Wenn ich mitnehmen kann? Alles klar. Ja, wahrscheinlich hat die, wir haben ja vorhin gesehen, dass diese ganzen komischen Rohre und sowas anscheinend irgendwelche Chemikalien in den Boden rein tropfen lassen haben. Weswegen wahrscheinlich der ganze Boden einfach komplett tot ist. So, das kann man wahrscheinlich auch öffnen. Nee? Ey, dann haben wir eine Schlüssel für irgendwas anderes. Vielleicht war in jedem Ding ein Schlüssel drin, den ich übersehen habe. Ich gucke nochmal nach. Dankeschön. Lieb von der. Nicht so. Außer die ist irgendwo richtig fies versteckt, aber ich glaube nicht. Na gut. Ja, ein Schlüssel haben wir jetzt übrig. Neun. Ist das später in der Nacht? in der Nacht? In der Hütte habe ich angefangen, oder? Schauen wir mal nach. Hier habe ich angefangen. Okay, ich weiß aber auch nicht, wer ich davon bin, ne? Wenn nur noch eine Person von denen übrig ist, werde ich ja eine von den vier Personen sein, die die Story erzählt, oder die in der Story vorkommen. Wir sind alte, Isar, sagt Abel, und wir werden immer älter. Wir werden älter, seitdem wir geboren sind, meinte Isar. Sie hat immer gelächelt. Abel hat nie gelächelt. Sie haben die Ruinen erreicht und sind entspannt. Ach nee, das haben wir schon gelesen, ne? Ich habe das obere haben wir vorhin aber nicht mitbekommen. Oh, das untere hatten wir schon. Ja. Isar konnte sich daran erinnern, wie manche der Gebäude früher mit Familien gefüllt waren. Aber okay, gut. Dann gab es sie definitiv früher immer andere Leute, aber nicht alle davon haben es mitbekommen. Diese Konversation war nichts Neues. Vor langer Zeit hat Isar gelernt, Abel zu lieben. Sie hat ihn umarmt und der Wind hat ihre langen, grauen Haare herumflattern lassen. Ist hier was zum Auflagen drin? Wird auch nicht hier versehen, ne? Naja. Hm. Was möchte ich denn finden? Ich würde ja denken, dass ich irgendeine Box damit eröffnen müsste, aber... sonst scheint ja alles irgendwie immer noch das gleiche zu sein. Damit? Da konnte ich meine ich auch nichts machen. Hm. Diese Skelette der Bäume sind das Einzige, was übrig geblieben sind. Okay. Ja. Ja, aber vielleicht muss ich auch eine bestimmte Anzahl von Textsachen irgendwie triggern. Bis es Nacht wird. Vielleicht habe ich eins davon verpasst oder so. Nee, ist noch keine Nacht. Ich glaube nicht, dass Zeit nicht getimed wäre. Das wäre ja ziemlich fies. Wenn wir da einfach schnell durchhören, müssen wir eine halbe Stunde warten. Aha. Keine Spinnenweben an diesem Metallmüll. Die letzten Spinnen sind vor Jahren gestorben. Wenn vier Leute ein Überlebender... Oh. Aha. Ich weiß nicht, warum das die Lösung ist, aber ich meine, so viele gab es das auch nicht, ne? So viele Möglichkeiten. Vor allem, wenn erwähnt wurde, dass noch eine von den vier Personen übrig ist, dachte ich mir, wahrscheinlich eins von den Dingern. Nee. Soll ich hier sein? Ellie war nervös. Die Dunkelheit hat sich noch nie so bedrohlich angefühlt. Sie erschien lebendig. Beobachtend. Einfach irgendwo langrennen? Sieht nicht nur eine gute Idee. Ohne gut. Wollen wir mal, wo wir hinkommen. Wo führt uns die Dunkelheit hin? Eine Familie von Ratten lebte zwischen den Kisten des getrockneten Essens. Das sind vielleicht die letzten Tiere, die hier draußen noch am Leben waren. Wie so ein Ding. ist das hier wirklich ins Nichts? Okay, aber das hier scheint ja irgendwie das Nahrungsmittel Lager zu sein. Ich meine, die Leute hier werden es ja wohl kaum als selbst gebaut haben, mit den ganzen Rohren und sowas, die alles schon lange nicht mehr funktionieren. Ellie? Daniels Stimme echot durch die Tunnel. Lille kommt zurück. Sie konnte das Gefühl nicht erklären. Es war so, als ob irgendwas um jede Ecke auf sie warten würde. Direkt außerhalb der Sicht. Immer weit vor ihr. Daniel hörte leise Schritte hinter ihm über den Boden rutschen. Er drehte sich und leuchtete seine Taschenlampe im Tunnel hin und her, aber nichts. Wir können wieder ein bisschen aufladen. Dankeschön. Gutes Timing. Was zum Lesen? Ist... Nope. Okay, aber am Ende vom Strand war er noch eine Öffnung, die ich vielleicht auch eröffnen kann, wenn ich nur das letzte Ding wieder aktiviere. Er ruft nochmal. Ellie? Immer noch keine Antwort. Dabei hört ihr wieder in die Fußschritte. Er hatte nicht mal Zeit, aufzuschreien, als er den Schatten, äh, als er die Silhouette des Schattens in seinem Licht sah, die auf ihn zustürmte. Na gut. Gehen wir mal wieder. Okay, jetzt sind mehr oder weniger die großen Fragen, wer hat die andere angegriffen und wer bin ich? Typisch wäre, dass wir die Person sind, die von hier sind wir eben gekommen, die hier den anderen was angetan hat. Ich meine, klar, wir werden nur kaum eine toten Person sein, obwohl auch möglich. Das ist ja, weil es nicht echt ist, aber... Es wirkt eher so, als ob wir einen der Personen sind, also als ob die letzte Person sie die andere getötet hat oder vielleicht es irgendwie überlebt hat. Und jetzt will ich mir dann kurz drüber nachdenken, was hier an diesem Ort passiert ist. Alles klar. Ich fühlte... Ich fühlte seinen Atem, bevor es seine Klauen gefühlt hat. Dann war sie weg. Was soll Klauen? Was ist denn hier unten gewesen, Alter? Hat der Gang eben schon so lang? Wir werden nirgends zurück, ne? Ja. Okay, hier gab es noch einige andere Wege zu erkunden. Ich glaube, ich finde die. Von da bin ich gekommen. Hier kann ich nur gucken. Wie lang? Mehr von den Dingern. Hm. Sie hat sich noch nie so gefühlt. Sie kannte diese Tunnel sehr gut. Sie war hier hunderte Male gewesen, aber jetzt hat sie sich verlogen. Verloren, verwirrt und verängstigt. Hm. Ich verstehe nicht, was sie so scheitern machen. Ich meine, das scheint wahrscheinlich eines der größten Mysterien in das Spiel zu sein, ne? Wofür die da waren? Ich meine, wenn die hier mehrmals runterkamen, hunderte Male, muss ja irgendwas sein, was die regelmäßig irgendwie... Ja, vielleicht sind sie doch nur wegen dem Essen hier unten gewesen. Und die Schalter sind jetzt einfach hier. Hm. So, ich meine, hier geht's zurück zum Anfang, dann geht's mal noch irgendwo weiter. Ich hab ganz zum Anfang über eine Kreuzung. Ja, das hat man schon gelesen. Äh, wie lang? Äh, war ich hier schon? Ja, war ich schon. Ich hab das Gefühl, ich muss hier unten irgendwas finden. Schlüssel oder irgendwas in der Richtung. Vielleicht brauche ich viele Schalttafeln oder überhaupt keinen Schlüssel. Und der Schlüssel, bei dem die da geredet haben, bei den Schalttafeln, war eher... Road was long forgotten. Vielleicht ging's da einfach um einen von den kleinen Schlüssel. Gleich wie letztes Mal? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt rauskriegen soll. Vielleicht geht's gar nicht. Was geht denn noch? Ach, ich kann's sagen. Die ist nicht mehr übrig gewesen. Sie mussten die Wahrheit wissen und Hector würde sie ihnen nichts sagen. Also unten, wo sie niemand finden würde, wo ihn niemand finden würde, schrieb er auf ein Stück Zettel, dass vielleicht irgendjemand eines Tages diesen Zettel finden könnte. nicht da. Natürlich. Was wusste dieser Hector denn? Was passiert ist mit der Welt? Was mit dem Mond passiert ist? Okay, ich schätze, eine von den Personen, vielleicht ich, habe den Zettel gefunden und irgendwas herausgefunden, was dafür gesorgt hat, dass ich vielleicht die anderen getötet habe. Vielleicht dachte ich, es wäre besser so. Ich hätte die Frage, was man herausfinden will. Dass der Mond vielleicht nie wiederkommt oder sowas, aber wäre das ein Grund gewesen, dass ich immer hätte entfütten wollen? Ist es nacht? Ist sowas in nacht? Oder? Nee. Na gut. Dann check ich wohl mal. War hier schon vorhin? Auch? Wenn bei dem, ja. Bei dem hier? Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Ich glaube schon. So, ich meine, hier war noch irgendwo eine Hütte. Näh, ein Bunker. Mit dem Code. Ich glaube, ich soll die erraten, ne? Also, ne. Stimmt. Zu. Kannst du nicht mal probieren. Was möchten wir jetzt noch finden? Ich meine, es wird mehrmals was gesagt mit mit einem Berg erklimmen, ne? Kann ich die luchten hoch? Ja. Oh Gott. Okay. Daniel hat vorsichtig seinen Weg den Berg hoch gemacht. Er wusste, was Ellie und Abel tun. Er wusste schon lange und hat sich entschlossen, es zu ignorieren. Etwas, was mit der Zeit immer und immer schwieriger wurde. Er hat sich dran erinnert, er muss sich selbst dran erinnern, dass sich alle vier gegenseitig vertrauen müssten und miteinander da sein müssten. So wie er es schon viele Male vorher getan hat. Aber es war eine leere, eine leere Erinnerung und er hat nicht mehr wirklich selbst dran geglaubt. Er saß an der Kante des Berges und starrte Richtung Horizont. Was war dort draußen? Er wusste es nicht. Und er dachte auch nicht, dass es jemand hätte wissen können. Was seh ich von hier oben irgendwas? Das ist auf der anderen Seite. Sieh was? Da bin ich willkommen. Da drauf? Wohl kaum. Der ist wahrscheinlich nicht drauf, oder? Äh, doch, theoretisch. Aber, ne, geht nicht. Ist ne Wand. Oder? Ja, jetzt ne Wand. Hat das auch? Ich scurry meinen Weg hier hoch. Ne, ich so nicht hoch. Hm. Was fehlt denn noch? Vielleicht irgendwas am Rand der Küste? Soll ich hier drüber rum? Angst, hier muss stuck zu werden, ne? Ja, hier kann ich nicht langen. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich glaube, es ist schon relativ absichtlich limitiert, wo ich da lang klettern kann. Daniel saß mit Ellie unter dem Baum sein Arm um sie herum. Wasser? Das Wasser? Ich mein, es wurde erwähnt, das ist sehr lange dort, dass das Wasser ein bisschen ansteigt. Ist wahrscheinlich von das die Häuser von den Leuten, die vorher hier mitgelebt haben. Ich muss, ich hätte nur einige von denen daran erinnern können. Isla vor allem. Ja, okay. Ich mein, ja, hier hab ich angefangen. Ich mein, das waren die... Ne, was war hier drin? Ich mein, es war zu. Vielleicht hab ich da für jetzt den Key? Ja. Ja. Okay, Daniel hat immer noch an das Gespräch mit Able gedacht. Vom Tag vorher, als er in Gedanken verloren sein Buch aufgehoben hat. Okay. Etwas ist ihm aufgefallen oder eher das Fehlen von etwas. Er hat irgendwas im Buch versteckt. Schlüssel? Okay. Der Moonsliver war weg. Frage ist, was genau war das denn? Er starte auf die leere Plattform, äh, einige Zeit auf die leere Plattform. Um, er hat ein bisschen gebraucht, um diesen simplen, schockierenden Fakt akzeptieren zu können. Hat das irgendjemand wegbewegt? Isa vielleicht? Okay. Sie war die einzige Person mit dem Schlüssel zur Kapelle des unendlichen Lichts. Ja, aber Ellie oder Able könnten es ja von ihr ausgeliehen haben. Haben sie schon mehrmals getan. Oder weggenommen haben können. Okay. So oder so, er muss es den anderen erzählen. Okay, also hat mir irgendwie ein Stück vom Mond mehr oder weniger hier liegen. Wahrscheinlich. Was ist das hier? Das Wort von Hector dem Vierten. Okay. Und wieder kam der Mond zu Hector in einem Traum. Okay. Das, äh, der Holzlandzahn wurde ausgelöscht, sagt es. Deine Leute sind jetzt erstmal sicher. Aber es, es wartete immer noch tief in, äh, tief unter der Erde. Es hat Angst vor, äh, dem Stück Mond und es wird Ah, okay, okay. Der Moonsliver ist also ein Buch oder sowas. Und es wird, äh, nicht nochmal neu erscheinen, während das heilige Dokument in, in eure, äh, bei euch bleibt und in dieser Kapelle verweilt. Aber, äh, du musst dies wissen. Sollte, äh, sollte es immer jemals zerstört werden, sollte selbst mein heiliges Licht nicht in der Lage sein, euch von, von dem Zorn dieses Wesens und der Dunkelheit der, der Hölle zu retten. Ihr müsst aufpassen. Äh, behalte es immer bereit. Okay. Und, äh, sollte, und so dass ihr lange und glorreich auf dieser Insel leben werde, die ich euch gegeben habe. Okay. Seid euch immer bewusst, dass die Worte, die ich spreche, die Wahrheit sind. Wort von Hector, das ist Nummer 1, nicht der vierte, sondern es war halt einfach Kapitel 4, das ist Kapitel 1. Okay. Das Buch wurde, wurde geschrieben von dem puren Frühlingsregen. Er wurde geschrieben mit dem puren Frühlingsregen auf Seiten getrockneter Blätter und gefunden vom, vom noblen Hector. Der Mond, der Mond sprach mit Hector und sagte, nimm dies für Moonsliver, also das Buch und, und, äh, erschaffe für, für dieses Buch einen Ort in der Kapelle des unendlichen Lichts, da es ein heiliges Dokument ist. Menschheit, der Mensch darf es nicht lesen, okay, aber je, also der Mensch kann es nicht lesen, aber jeder Buchstabe dieses Buches ist bekannt für die Dämonen der Nacht und sie haben große Angst davor. Ihr müsst euch sicher sein, dass es euch beschützen kann. Selbst wenn man mein Licht eines Tages aufhören sollte, die Nacht zu erleuchten in, 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 äh, in meinem heiligen Silber, gibt es einen Ort der Ehre und behandelt es als einen, äh, heiligen Gegenstand, da es eure Waffe gegen das Böse ist. Okay. Und so hat Hector das Buch, äh, in der Kapelle des Lichts platziert auf einem silbernen, äh, auf einer silbernen Plattform und die Nacht war auf einmal warm voller Licht und der Tag wurde, 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 wurde heller mit der Wärme. Noch was? Ne. Okay, also anscheinend haben die, jetzt ist ja die Frage, warum die hier gelebt haben, wie lange und alles mögliche, aber, die haben anscheinend, nicht unbedingt ein Kult, aber hat eine Religion erfunden, an die, die so sehr geglaubt haben. Alter, das ist dunkel. Okay, Moment, ich kann das nicht passieren. Ich gehe mal davon aus, dass Hector kurz bevor er gestorben ist, unten, in dieser Höhle, oder in diesem Bunker, wahrscheinlich aufgeschrieben hat, dass das alles nicht gestimmt hat, wenn er das nur gemacht hat, um Leute zu beruhigen oder sowas. Und das hat irgendjemand von den anderen gefunden und dann vielleicht das Buch zerstört, weggeworfen, irgendwas und die anderen haben halt immer noch daran geglaubt. Und dann gab es offensichtlich einen großen Streit, irgendwas in der Richtung, könnte ich mir vorstellen. Weil ich meine, die haben ja entscheidende Religionen gehabt und die sehr geglaubt haben. Ich habe keine Ahnung, wo die lang muss. Versucht die Mitte der Insel zu finden. Ich gehe mal davon aus, dass das hier jetzt Nacht ist. Das Wasser? Scheiße. Okay, wo bin ich hier? Okay, okay. Von hier aus relativ hier lang, aber geradeaus jetzt, glaube ich. dann müsste ich in der Nähe von diesem Bunker am Berg ankommen. Ja. Bewege ich mich langsam, aber so stürmt? Keine Ahnung. Äh. Äh. Okay, das sind die beiden Gebäude mit den Schalttörfeln. Schon wieder im Wasser. Fuck. Verdammt. Ich habe ein bisschen rechts, ein bisschen die Richtung. Die Nacht war wild und kalt. Okay, hier ist ein Hügel. Gutes Zeichen. Da? Nee, das einzige Gebäude, was raucht. Ja, dann hier ein bisschen rechts. Ich meine, hier links von mir ist jetzt die Mitte der Insel. Ja. I got it. Return to the Mountain. Okay. Okay. Isa konnte sich nicht daran erinnern, als sie das letzte Mal unter dem Berg gewesen ist. Okay, die Frage ist jetzt, ob wir das sind und wir Isa sind oder ob das einfach nur was aus der Vergangenheit erzählt. Ähm. Es gab keinen Grund, hier hinzukommen. Aber sie hat sonst überall nachgeschaut. Wer hatte das alte Messer in ihrer rechten Hand? Okay. Gestern verschwand, äh, das Buch. Heute haben Ellie. Heute waren Ellie, Daniel und Abel nirgendwo mehr zu finden. Sie, sie kannte das Wort von Hector auswendig. Okay. Die Implikation, die, die finsteren Implikationen waren, waren ihr sehr wohl bekannt. Ellie, schrie sie. Daniel, Abel. Okay. Abel hörte sie und antwortete, ich bin hier. Da war irgendwas seltsames in seiner Stimme. Irgendwas, was Isa nicht mochte. Was tust du hier? Ich lese von den vergangenen Zeitaltern, sagte er. Weißt du vielleicht, wo Ellie und Daniel sind, meinte sie? Weiß ich nicht. Sie sind verschwunden, meinte sie. Sie sind verschwunden und das Heilige Buch ist auch verschwunden. Verstehst du mich? Verstehst du, was das bedeutet? Verstehe ich, meinte er. Die Nacht wird in einigen Stunden beginnen, wir müssen zusammenbleiben. Wir können im gleichen Haus schlafen, meins oder deins. Wir werden das Feuer anlassen. Wir werden die Tür verschlossen halten, wir werden beten, Abel. Wir werden beten, dass der ungesehene Mond Gnade hat und uns beschützen wird. Bist du hier glücklich, Issa? Wir können nicht im Dunkeln bleiben. Es wird stärker im Dunkeln. Bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. Bitte, Abel. Es waren Tränen in seinen Augen und er hatte Probleme, seine Stimme zu kontrollieren. Issa, ich kenne dich. Ich kenne jeden Teil von dir, jeden Zentimeter und ich weiß, ich kenne dein Bewusstsein komplett auswendig. Du bist nicht glücklich. Niemand von uns ist glücklich. Issa antwortete nicht. Issa, ich bleibe hier. Seine Tränen liefen seine Wangen herunter. Ich würde es schön finden, wenn du hier bei mir bleiben würdest, Issa. Bitte bleib bei mir. Ich werde dich finden, Abel. Okay. Ich habe es rausgelassen, Issa. Ich habe das Buch zerstört. Issa war schockiert und still. Ich habe es gestern verbrannt, nachdem ich mit Daniel geredet habe. Ihre Augen füllten sich mit betrogenen, wütenden Tränen. Was? Abel, warum? Nein. Möchtest du etwa in die Hölle gezogen werden? Möchtest du uns alle, möchtest du, dass wir alle mit dir gezogen werden? Wir sind bereits in der Hölle. Diese Insel, diese schreckliche, leere, verlassene Insel. Dieser Ort der Sünde. Dies ist Hölle. Ich habe die blasphemischen Schriften gelesen, die Jeremiah vor vielen Jahren gefunden hat. Ich habe sie alle gelesen, bevor sie zerstört wurden. Das war ich vielleicht die einzige Person, die das getan hat. Und ich konnte es ihnen nicht glauben. Aber ich habe seitdem das Leben gelebt und ich habe die Wahrheit in diesen Worten selbst mitbekommen können. Issa konnte nicht antworten. Als die Tränen ihr Gesicht runterliefen, sie lief einfach weiterhin in die Richtung seiner Stimme, mit dem Messer klar in ihrer Hand gehalten. Du hast diese Schriften nicht gelesen, Issa, aber ich habe es getan. Und ich kann mich ganz klar an sie erinnern. Eine übernatürliche Klarheit, könnte man fast sagen. Ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Oder den Geräuschen in der Nacht. Weil der Holzlandzahn deine Lösung sein wird. Dein Weg herauszukommen. Es sagte dies und noch mehr, Issa. Okay. Dieses Ding ist nicht gekommen, um uns in die Hölle zu nehmen. Es ist hier, um uns von der Hölle wegzunehmen. Sie konnte ihn vor ihr sehen. Ihre Taschenlampe ging durch den dichten Nebel durch. Er saß in einem Stuhl mit einem Buch in seinem Schoß. Als sie näher kam, konnte sie sehen, dass er auch am Weinen war. Ich glaube an das Wort von Hector, sagte sie, aber ich werde nicht in die Hölle gehen. Bitte glaub mir, bitte. Ich glaube an das Wort von Hector, sagte sie noch einmal und nahm das Messer vor ihre Brust. Nein, nein, Issa, bitte nicht. Bleib bei mir, bitte lass mich nicht alleine. Ich liebe dich, sagte sie. Ich liebe dich so sehr. Ey, ey, okay. Sie schloss ihre Augen und stach vor sich in die Dunkelheit. Sie konnte sich daran erinnern, wo das Herz lag von einem der Bücher ihres Vaters. Ah, okay. Das ist selbst umgebracht. Das war gut geschrieben. Okay, Moment. Able war zu langsam, um ihren fallenden Körper aufzufangen. Er hat sich neben sie gekniet und hat geweint. Eine Zeit lang. Das war halt absichtlich so geschrieben, dass man nicht wusste, ob sie halt das Messer vor sich in seine Richtung hielt und zugestochen hat oder in ihre eigene Richtung. Gut gemacht. Smart. Okay. Er war kein junger, starker Mann mehr, aber Isas Körper war sehr leicht. Er brachte ihn raus ans Wasser. Sie hat schon immer das Wasser geliebt, aber dann was? Lesen? Lesen, bis es ihn finden würde? Nein. Er hatte keine Lust mehr zu lesen. Er war bereit, diese komplette verfluchte Insel hinter sich zu lassen. Bücher und alles andere auf. Er würde einfach rumwandern. Frei und ohne Ziel. Ein letzter Blick auf die Insel und und er würde den Wind ein letztes Mal die Erinnerung wegwaschen lassen. Ah, wir sind das. Oh, gut gemacht. Okay. Und dann, wenn die Nacht beginnen würde, würde er zurückkehren und warten. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Das Ende war richtig gut. Ich glaube, es war absichtlich extrem kryptisch gemacht, dass man... Oh ja, es ist... Es ist... Es ist komisch. Die Story trifft mich tatsächlich richtig, richtig gut. Die ist gut gemacht. Die ist sehr emotional. I like it. Es ist natürlich nicht die komplexeste Story, die jemals erzählt wurde, oder so, aber... Die hat mich getroffen. Die war gut. Ich spüre, meine Stimme ist so ein bisschen... Ein bisschen an der Kante. Es war sehr gut. Okay. Ja, das Ende war gut gemacht. Wir wissen jetzt halt immer noch nicht. Es war absichtlich sehr, sehr kryptisch, dass wir nicht verstehen, ob wir halt jetzt sie gespielt haben und vielleicht ihn gefunden haben und das, was geschrieben wurde, sich jetzt gleich abspielt oder was ich eher glaube, dass wir jetzt halt ganz am Ende von was auch immer dieser Woodland-Tief-Ding sein soll, gefunden wurden. Ob das ein anderer Mensch vielleicht ist, der uns einfach hier von dieser Insel holen kann oder ob es halt wirklich irgendwas Übernatürliches ist und uns jetzt vielleicht in die nächste Welt bringt oder was auch immer. Ach, wir leben noch. Geht weiter. Okay. Der Morgen begann auf der leeren Insel. Kalt, hell und windig. Okay. Vermunzler. Ja. Ja. Gut. Das war echt gut. Das war gut. So vor allem für ein erstes Game von einem Entwickler. Ich meine, das hat jetzt halt acht Jahre später halt sowas wie Iron Lang und sowas gemacht. Das war cool. Das war sehr, sehr, sehr cool. Ich meine, war im Endeffekt einfach nur ein reines Storygame, aber es hat die Atmosphäre, die Atmosphäre war richtig, richtig dicht. Die war großartig, finde ich. Sehr gut geschrieben, gutes Pacing. vielleicht am Anfang ein bisschen überfordernd viel. Vor allem, wenn man halt im ersten Raum gefühlt 17 verschiedene Texte hat, die man lesen kann, die alle sich ein bisschen überschneiden und so. Aber das hat mir richtig gut gefallen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt war. Wenn ich es bewerten müsste, ich finde es immer schwer, so kurze Games so zu bewerten, weil ich finde, da hat man halt nicht, ja, weil es war schon sehr, sehr immersiv und sehr atmosphärisch. So zwischen der 7,5 und der 8, würde ich sagen. Ich fand es wirklich gut. Ich fand das gut. War gut geschrieben, die Story war interessant. Das Buch, was halt unten versteckt wurde oder was halt dann geklaut wurde, war wahrscheinlich dann nicht, wie ich davon ausging, wie Hektors quasi die Ständnis, dass die Sachen nicht echt waren, die er gesagt hat. Vielleicht haben die wirklich daran geglaubt. Vielleicht war die Religion wirklich echt. Also vielleicht hat es auf irgendwas beruht, was wirklich passiert ist und die Leute wirklich, wirklich, wirklich irgendwelche Überweise dafür hatten oder so. Es wurde jetzt ja nicht wirklich geklärt, ob die einfach nur daran geglaubt haben, weil sie irgendwas glauben wollten, und ob es halt wirklich irgendwas, ob in dieser Welt irgendwas passiert ist, was sehr rechtfertigt, dass sie sich halt diese Religion aufgebaut haben. Vielleicht hat Hektor halt wirklich irgendwas gesehen, was übernötig ist. Vor allem, wenn wir jetzt halt am Ende als, ähm, wer haben wir, Daniel? Abel, glaube ich. Auf jeden Fall einer von den Typen, der jetzt irgendwas am Ende gesehen hat. Es ist ja immer noch nicht ganz klar, ob er wirklich was gesehen hat, ob er sich jetzt eingebildet hat. Also ob jetzt wirklich irgendwas kam, was ihn abgeholt hat, weil er halt der wahren Religion, jetzt gefolgt ist, oder ob er halt einfach wirklich wahnsinnig geworden ist, weil alle seine Freunde tot sind und er alleine auf einer fucking Insel lebt. Ja, äh, gut, das war gut. Okay, Exit. Das war cool. Das war sehr cool. Ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht vor allem anfangs ein bisschen überfordernd viel sein könnte. Okay, meine Aufnahme ist abgehackt, hier bin ich wieder. Ähm, ich kann mir wie gesagt vorstellen, dass vielleicht anfangs ein bisschen, ein bisschen viel ist, auch beim Zusehen, wenn halt so 20.000 Textnachrichten auf einmal kommen. Das war mit Spielen auch ein bisschen, ein bisschen, äh, too much. Aber so in 20, 30 Minuten, finde ich, war man sehr in der Welt drin und dann hat es gepasst. Ähm, das war mal wieder ein Beispiel dafür, wie man wirklich eine gute Story, ein gutes Spiel machen kann mit enorm wenig technischem Aufwand. Weil im Endeffekt ist man nur rumgelaufen, hat zwei Schlüssel eingesammelt und sonst hat man einfach nur Text gelesen. Das gesamte Spiel würde effektiv als Buch funktionieren. Ziemlich problemlos sogar. Nur hat halt hier einfach die Musik und das triste visuelle Design noch ein bisschen was hinzugefügt, was man sich halt sonst alles in seinem eigenen Kopf einfach ausdenken ist. Aber genau in solchen Fällen liebe ich es, wenn Spiele effektiv wie als Buch funktionieren, aber halt diese kleinen, kleinen Boni noch so ein paar ein bisschen Gewürze dazugeben. Einfach Sound, leichte visuelle Boni und sowas. Die kann man ja absichtlich so designen, dass sie halt in Kombination mit gutem Writing extrem gut funktionieren. Muss ja nicht immer entweder oder sein. Ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel Darkwood, was halt einfach effektiv wie ein großartig geschriebenes Horrorbuch 20 Stunden lang funktioniert, aber halt einfach ein bisschen Audio- und visuelles Bonus-Design dazu nimmt, um halt die Geschichte, die erzählt wird, einfach nochmal ein bisschen zu würzen. Das hat hier auch sehr gut funktioniert. Ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Spiel für alle Leute, weil es einfach ziemlich, also nicht Darkwood, sondern hier für Moon Slipper, aber es ziemlich slow ist und halt doch verlangt, dass man doch ein bisschen, die Story war nicht kompliziert, aber man muss halt auf die Story achten, sonst hat das Spiel nicht viel übrig. Du war ganz offen rummeligst, aber es war gut, es hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, 7,5 bis 8, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich glaube, viele von euch werden es lieben. Verständlicherweise werden es wahrscheinlich einige von euch ein bisschen öde finden, weil es einfach ein relativ trockenes Spiel ist, aber wenn man sich darauf einlässt, belohnt es einen sehr, finde ich. Cool. Sehr, sehr cool und hat mich komischerweise emotional ziemlich getroffen. Ist immer komisch. Ich finde, man kann selten vorher absehen, ob ein Spiel sowas schafft. Ich dachte die ganze Idee, okay, die Story ist solide, atmosphärisch ist gut, aber dann beim Ende, da hat es ein bisschen überraschend auf die Tränendrüsen gedrückt. Wenn es noch ein bisschen länger in die Richtung gegangen wäre, vielleicht die eine oder andere Träne, aber ich kann nicht mehr erklären, warum. Vielleicht einfach, weil es gut emotional geschrieben war und die Musik sehr gut gepasst hat und die Endsequenz durch den Tunnel laufend abwechselnd diese Textnachrichten bekommen, war sehr gut gemacht. Okay, ich hoffe es hat euch gefallen und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.